Verdammt, sterbliches Wesen. Der Alchemist hat mich so geschwächt, dass ich der Männerbestie nicht gewachsen war. Wärt ihr nicht gekommen, hätte sie von mir ebenso Besitz ergriffen, wie sie es mit dem Regenten getan haben. Cool, ne? Wupp! Erstmal ins Elementarlinsen. Ja, geil, wieder nix für uns dabei. Ja, geil, da ist ja volle Worte. Magierhelm. 45 Geschick. 133 gegen... 132, gut. Ähm... Kann verkaufen. Kann mal sockeln. Es kommt da rein. Gut, ich geh jetzt erstmal verkaufen. Und, äh... Ja. Verzauberer... Kennen wir uns? Okay, komm mal her. Flammenglutsteinkorn... Das Korn kann weg. Korn... Alter... Ich hab so viel Scheiße. Ähm... Wtf... Wtf... Manche nennen sie verrückt, aber sie hat die Zombies gesalzen. Oh ja. Gegen... Das ist doch unsere andere Gürtel. Äh... Ja. 45 Geschick. Können wir gleich mal draufsetzen, glaub ich. Kann auch weg. Scherbe... Gut. Ja. Guck mal, passt. Äh, der kann auch weg. So, muss das... Haben wir hier noch was drinne? Nö, Begleiter Ding ist leer. Verzaubern. Äh, was nehmen wir denn mal? Ihr habt Glück. Ja, komm, pack mal drauf. Hm... Wir haben Glück. Ja, komm, rein damit. Ähm... Ruhnmeister Set... Ja, komm, rein damit. Gut. Hat der irgendwas interessantes? Ja. Ähm... 115... Sieht nicht so aus. Wo ist unsere Quest? Ich weiß nicht, ob dem Alchemisten bewusst ist, welche Verwüstung Ordrax Herz anrichtet, oder ob es ihn einfach nicht kümmert. Ich hoffe, man kann ihn irgendwie aufhalten, bevor es zu spät ist. Ihr sollt also in die Knochenwüste. Wisst ihr was? Ich glaube, dabei kann ich euch helfen. Ich werde veranlassen, dass man euch nach Zerifesh in der Knochenwüste bringt. Sprecht einfach mit dem Transportmeister, wenn ihr reisefertig seid. Ihr habt eine neue Quest. Ähm... Dann verzaubern wir gleich noch ne Runde. Ach, da kann man rüber. Cool. Das Glück ist mit euch. Äh, gut, einen auf Crit. Und... Ähm... Ja. So, haben wir alles. Jupp, auf geht's. Jupp, auf geht's. Vordrax Herz. Hat der Alchemist die Essenz zweier Wächter geworbt. Die beiden anderen Wächter leben in der kargen Ödnis rund um Zerifesh. Dort schlägt der Alchemist als nächstes zu. Ihr müsst ihm eine Halt gebieten, bevor ein weiterer Wächter fällt. Ja. Sorry, da hab ich vergessen, die Ding hochzustellen. So. Da hab ich vergessen, ähm... Ding hochzustellen, wie heißt, ähm... Die, den Grundgeräu... Das Grundgeräusch... Da hab ich vergessen, das Grundgeräusch hochzustellen, äh... Halt den Soundpegel, damit ihr auch was hört. Gut. Gut. Ich heiße euch willkommen. Ja, find ich schön. Hey! Ich habe euch erwartet. Ich bin der Wächter der Luft. Ja, der Alchemist ist bereits in der Knochenwüste. Und er hat sich mit den niederträchtigen Esho hier verbündet. Vermutlich, um ihnen beim bevorstehenden Angriff auf Serifesh zu helfen. Und jetzt ist die Wächterin des Manas, dem Alchemisten, in die verlassenen Gewölbe gefolgt, die von der Sphinx bewacht werden. Findet die Gewölbe und bringt die Sphinx dazu, euch einzulassen. Der Wächterin droht höchste Gefahr. Wenn nicht vom Alchemisten, dann von den Netherrealm. Okay. Ihr habt eine neue Quest. Cool Story, Bro. Ich heiße euch willkommen. Ja... Okay, mach mal. Ihr habt eine Quest bekommen. Bleib stehen! Ja... Müssen wir echt da runter jetzt? Kannst du jetzt noch... ...bisschen zu unterlevelt sind? Ach, ich weiß drauf. Lass mich raten. Ihr macht höchst immer schlecht, dass ihr Eisschaden machen. Oh, oder irgendeine Sonnenuhr. Erstmal anticken. Anticken und sie geht kaputt. Cool. Okay. Wird natürlich so ne abartig ver... Alter. So ne abartig verwinkelte Gegend. Kommt der immer in der Defizierung zum Schrelle raus? So, dann glaube ich, dass der Schaden übertragen wird. Und... Alter, was ist denn das denn? Für Fücher. Alter, ich hasse Schützen. Ja, das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Gut, dafür geben die auch ordentliche Erfahrung. Hier hab ich schon alles umgenietet. Kluppel. Hallo. Uh, ja. Mach mal. Ihr habt eine neue Quest. Komm schon. Ja, Alter. Teilweise geht der Begleiter ja echt abartig schnell. Oder... Boah, Alter. Bleib stehen. Es ist echt nervig, wenn die wegrennen will. Weil sie brennen. Ah, ich dachte gerade... Oh, ja. Erstmal tippen. Eisring. Eisring. Oh ja, genau. Interessant. Aus nem Angelloch, ne? Verbrauchsgüter. Zaubersprüche. Aha. Geil, ernsthaft. Na gut, ich lass den erstmal draußen. Ich will wissen, was die anderen machen. Der macht mit Abstand noch mehr Schaden. Okay. Chip, chip. Dünenmutter. Da fällt wie ne Fuffmutter. Nicht-identifizierte Schultern. Nicht-identifizierte Schultern. 26, Alter. Ich hab das Gefühl, ich sollte nicht so weit vorrennen, nimmer. Hier muss doch noch irgendwo die alte Fee sein, ne? Schau. Das klingt interessant, gefaktes Karawane. Das klingt interessant, gefaktes Karawane. Das klingt interessant, gefaktes Karawane. Wie komm ich da hoch? Mal außen rumlaufen. Da kommt man sicher irgendwo hoch. Ah ja, da. Boah, hör auf die scheiße Gefangenen zu schießen, dauernd. Ihh. Ist nicht, uncool. Boah ey, kann ich nicht sterben, danke. Ich heiße euch Willkommen. Ich heiße euch Willkommen. Die machen alle so arsch viel mehr Schaden als wir, wenn wir uns jetzigen lassen. Ihr habt eine neue Quest. Die Keule ist aber relativ langsam im Angriff, das ist das Gefühl, ne? Ich heiße euch. Ähm, nope. Nope, nope. Euer Ruhm ist gewachsen. Ja, unser Ruhm ist gewachsen. Alles looten. Jep. Jep, jep. Alter! Bacillus geht sehr gut, alter. Tausende ist dreckig für Schaden. Darn. Oh nein. Oh nein. Ein... Netherreich-Portal. Alter, das macht aber jetzt so krassen Schaden. Das ist voll interessant. Ich glaube, da kam auch gerade echt alles zusammen. Ich glaube, man könnte Berserker-Sicherung geil auf Zweihand spielen. Ach, leck mich doch. Alter, halt der aus. Hat mein Viecher den mehr Schaden gemacht als ich? Okay, was packe ich für, ähm, neue Dinge raus? Ihre Rüstung weiter runtersetzen. Immer erstmal schön außen die Karte ablaufen. Nicht genug, Mann. Nö, ich loo das mal. 49 Körperpanzer oder gebogene Kralle. Die skalieren alle ziemlich hart mit, äh, Geschicklichkeit, habe ich so das Gefühl, ne? Hm, ja. Ich glaube, ich sollte ihn doch eher auf Geschicklichkeit trimmen. Den Berserker, das ist so, das Gefühl, ich will weniger auf Stärke. Ich glaube, Stärke hat, glaube ich, der, äh, Vagant ist gut. Ah, Klutsteinmobil entdeckt. What the fuck? Alter, hält der aus. Jupp, jetzt schluckt er erstmal. Oder auch nicht. Vielleicht ist er wieder fast tot. Die Armatux-Dug's-Dug's-Dug. Die Armatux-Dug's-Dug ist auch wie Lootpinatas, ne? Selbstheilung. Die Karte ist kaum groß. Fuck. Das war unbeabsichtigt. Egal. Sollten wir draufgehen.